Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen wieder bei Flexit. Ich bin gerade hier im Auto mit dem Lukas, auch bekannt als der YFD. Lasst auf keinen Fall ein Abo bei ihm da. Halt deine Schnauze. Wir müssen uns ein bisschen beeilen jetzt. Sascha und seine Freundin sind schon mal hochgegangen. Ich habe gesagt, ja komm, zeigst du mal ein bisschen das Auto. Und wir werden gleich richtig krass pranken. Du hast Tabasso gekauft, was hast du noch gekauft? Ich weiß nicht, Hamanero-Gewürz mit 250.000 Scoville. Ich würde mir den Scheiß nicht reinziehen, weil ich kack sowieso direkt ab. Aber ich hoffe mal, Sascha kackt ab, Mann. Sascha kackt richtig ab, also er verdrigt gar keine Schärfe. Er kriegt jetzt die Revanche, nämlich in den letzten Tagen oder in den letzten Videos einfach immer geprankt. Und jetzt kriegt er schön zurück. Ich habe richtig Angst, dass wir einen Krankenwagen rufen oder so. Meinst du, das wäre so mies? Wunderbar. Tabasso hat 9.000 Scoville. Ich habe probiert und fast gestorben. Und die hat 250.000. Werd ab, Kack, Alter. Naja, grüßchen raus. So Leute, wir haben jetzt auf seine Nudeln schon mal Tabasso gemacht. Und der Tabasso ist ultrascharf und hat, Leute. Er stand auf der Packung, der hat auf jeden Fall 9.000 Scoville. Das ist schon richtig viel. Und mir ist der schon zu scharf und das stinkt so scharf. Das ist unnormal. Wir haben aber, Leute, ohne Scheiß noch Habanero mit 250.000 Scoville drauf. Er wird sterben. Das kann dir eigentlich echt nicht zu mir essen geben, ne? Ohne Scheiß. Oh, ist zu hart. Ich nehme ihn mit der Hose an, der ist so heftig. Ich würde ihn sogar küssen. Hey, komm, die Äste. Ja, warte kurz. Ja, warte. Ja, komm, lass die Fresse nicht länger. Oh, ich nehme Playbub mit, Alter. Lukas, ich nehme Playbub mit, okay? Ja, ich nehme Playbub mit, okay? Ja, klar, wir kommen nach Hause. Ich schwör, Alter. Das hat genau gereicht. Ab ist Besteck für alle schon, oder? Hey, da ist eine kleine Prozesse in der Kast. Ja, das wusste ich nicht. Ja, schön. Wissen Sie nicht? Ja. Das ist krass, das ist scharf. Das ist alles so scharf. Ich bin nicht scharf. Ja, du bist denn. Hey, bist du doof? Bist du dumm? Ist das so übel, scharf? Ja, doch nicht. Ich bin schon braten, ich habe eine Soße. Duke. Na, mach du. Am Tag wahrscheinlich. Was machst du? Was machst du, Alter? Hey, was ist? Hey, was ist? Hey, was ist? Was? Wie ein Dinger, ich finde das nicht witzig. Geht's? Ey, das... Was habt ihr gemacht, Alter? Ja, 250.000 ist so viel. Das ist doch voll hart. Ich scho, ich bin gespannt, dass die Racht für die ganzen Scheiß-Brings von dir, Alter. Boah, Junge, Gott, einfach... Boah, hör auf dich. Boah! Junge. Boah, tschüss. Boah! Boah, verpiss dich doch! was machst du denn was machst du denn das ist das ist mein polo ich kann aber nicht lachen das ist ja noch nicht so gut schmeiß mal die dusche an wir essen weiter komm rein Sascha ich muss einfach mit den Händen waschen dann mach ich gleich guck mal Tür zu Sascha wir sehen uns ne fuck ich muss erstmal die Hände waschen, kürt ihm mal die Hand alter guckt euch dein Essen in den Pulver, da ist hier unnormal sieht man das? man sieht das mega, er isst es einfach zeig mal da ist es auch ey ist zu hart ich weiß gar nicht ob ihr das seht aber das ganze steht wie viel Skurvil hat das jetzt gehabt? 250.000, Tabasco hat 9.000 so vorne wir essen jetzt einfach ganz genüssig weiter Sascha hat jetzt noch ein paar Probleme vielleicht hilft dir Alina noch ein bisschen oder ne du kommst auch ne? kommst du auch essen? ja das schmeckt eigentlich ganz geil also mein Essen ist echt lecker du aber ich hab das auch noch nie gehabt eine Tomatensoße, Sahle mit Hatfleisch aber ist echt schillig und wir genießen das jetzt noch und Sascha beeil dich mal das Essen wird kalt ich hoffe es hat euch gefallen ehrlich wurde Sascha mal von mir geprint und wir sehen uns im nächsten Video drei Leute Peace und selbst egal, Playbutton ist da hast du jetzt noch Hunger gebaut? naja schon aber mein Mund brennt wie Sau ich schmeckt nichts Boah, jetzt ist der Lifestyle der armen und Gefährlichen und genau wir wünschen wir sehen uns der Vielen Dank.